Was ist das, was wir tun? Sind wir da unten schon? Nein, da sind wir nicht. Da oben ist ein Fleck auf meinem Bildschirm? Nein, hier haben wir schon mal einen Eingang gemacht, aber da wollten wir dann was weitermachen, oder? So, das sind zwei hier. Wenn da zwei sind, dann müsste ich da ja buddeln. Und zwar da eine Leiter. Da müssen wir mal gucken, was da passiert. Das ist die Zwischenebene, das ist hier auch. Ne, das wäre ja verkehrt dann, oder? Das bedeutet, warte mal, hier ist eine Ebene, Zwischenebene, Ebene, Zwischenebene, Ebene. Das bedeutet, da geht es dann schon runter. Das wäre aber auch egal. Oh, der läuft da schon hin. Cool. Ja, dann macht er da noch eine Treppe, ne? Und das würde bedeuten, ich könnte hier doch jetzt einfach einen Main machen, oder? Oh, der ist auch gleich da. Oh, da geht es gleich runter. Komm, lass uns mal da eingehen, dann sehen wir vielleicht ein bisschen mehr. Cool, da ist Flint, oder was ist das? Ja. Ja, dann können da gleich schon welche gucken gehen, wie es hier weitergeht, oder? Da kommt auch schon gleich ein Held, voll cool. Oh, da sind aber schon gleich böse Monster, wa? Sieht ja krass aus. Ja, unser Held kriegt auch gleich einen auf die, ne? Genau, die mein war. So, dann wird es dann etwas ernster jetzt. Habe ich diese schon mal gesehen? Ich glaube nicht, oder? Okay, wo laufen die hin? Da geht es wohl auch hoch. Wo sind die geblieben? Oh, neue Leute auch noch gekommen. Und da laufen sie wieder runter. Auch interessant. Und er ist aber hier hingegangen, ne? Und geht auch schon wieder hoch. Ach, lauter Schweinchen, süß. Aber das ist ja nur eine Zeit lang, dann... Geht's da wieder rund, ne? Ah, die sind zu zweit, cool. Dann, naja, sieht das so aus, als ob das easy going ist, ne? Ja, hat auch gut geklappt. Ich glaube... Äh, ne, da kam noch was, oder? Ist da jetzt irgendwo einer noch am Laufen? Da war was. Oder ein Bug? Ach, da sind diese... Sag schon, Zeichen, die hier gerade blinken, die man oben eine Tasche höher sieht. Nicht so doll, ne? Hier haben wir ganz viel Kupfer. Und da kommen wieder Helden, die sich dann beschäftigen. Wo haben wir denn? Auch sechs Helden sind da. Ist ja cool. Aber jetzt wird's ein bisschen schwierig. Kann da sein? Ich glaube, er hat vier um sich. Ich glaube, jetzt stirbt ein Held, oder? Er läuft weg. Aber ich weiß nicht, ob er weglaufen kann. Da sind so viele um ihn rum. Das wird schwierig, oder? Ach, der ist erst leicht verletzt. Okay. Und da ist Verstärkung gekommen. Das sollte dann auch funktionieren. Ach, die sind zu dritt sogar. Wow. Okay. Ja, ordentlich was los hier unten jetzt gerade. Aber die brauchen schon etwas länger, ne? Bis die auf den mitzukriegen. Wo läuft er jetzt hin? Nach unten wieder. Holt sich einen ran, naja. Der ist eingefroren, ne? Oder? Aber jetzt kommen die anderen, ne? Die Schweinchen hat er davon gemacht. Oh, da hat einer gleich was gesammelt. Und jetzt geht der hoch, weil er wahrscheinlich zu sehr verletzt ist. Aber passt. Ja, cool. Kohle ist hier auch noch, ne? Ja. Oh, da hat einer gleich was geholt. Äh, das war jetzt aber nicht von uns einer, der da gestorben ist, oder doch? Ne, wir haben nur sechs Helden. Passt. Und die? Was machen die jetzt alle hier? Das waren doch jetzt keine Helden, oder? Das sind zwei Helden. Okay, gucken wir mal weiter. Na? Ja, greift ihn an. Da unten wird auch angegriffen. Oh, drei sind am Kämpfen. Okay. Der Raum ist wohl bereinigt. Hier unten ist zwar noch eine Ecke, aber ich glaube, das ist erledigt, ne? Oh, den hat er zum Schweinchen umgewandelt. Jetzt greift das Schweinchen an, aber er ist schon gestorben. Okay, dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Da geht's nicht weiter. Der räumt auf. Achso, das war ein Knochen von den anderen, die werden gleich weggeräumt, okay. Ah, guck mal, ist da noch einer in der Ecke? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Da oben wird auch weiter geforscht. Oh, da ist noch mehr los. Da unten geht's auch noch weiter. Oh, da sind noch zwei, da ist noch einer. Okay. Die da oben. Ja, da wird aber irgendwer noch angegriffen, oder? Okay, jetzt gehen sie hoch. Die gehen auch noch immer hoch. Hier wird gekämpft. Ich glaube, dann ist aber auch keiner weiter hochgekommen, ne? Oh, da hat's einen von unseren Leuten erwischt. Na dann. Gut, okay, nur 76. Aber warte mal, da waren auch welche neu gekommen. Vielleicht haben wir Pech gehabt. Das waren diese, ne? Wahrscheinlich sogar. Die ohne Rüstung, ne? Da sind keine mehr. Mal mal gerade durch, ob die anderen alle noch Rüstung anhaben. Ja, alle anderen haben was, bis auf die Neuankömmlinge hier. Warum die jetzt noch nicht? Naja, es waren eben welche dazugekommen, die ich nicht mitgekriegt hab, ne? Naja, okay. Läuft halt so. Gucken wir mal gerade hier, wie es mit den Wohnungen so aussieht. Ah, guck mal. Jetzt, wo wir unten waren, haben sie dann doch geschafft, hier was zu bauen. Ja, das passt, das ist dann diese Ebene, ne? Warte mal, da nicht, sondern da müssen wir jetzt was drauf bauen. Dann lass uns das mal gerade hier machen. Die beiden da hin. Die da hin. Dann kann da ein Stein auch auf jeden Fall hin, ne? Ja, genau. Und dann da drauf kommt auch noch ein Stein und dann kommt da eine Treppe hin. Steine kommen schon diesmal schneller. Okay. Super, noch zwei fehlen. Einer kommt da auf jeden Fall noch. Ah, der zweite ist schon da, alles klar. So, das bedeutet, da muss... Ich hab nicht die Shift-Taste gedrückt. Beim letzten Stein. Da muss auch einer drauf. Dann können die da hoch, ne? Dann eine Leiter dran, da hoch und da rum. Ach so, das bedeutet... Hier müssen definitiv auch noch welche hin. Und das wären dann auch noch welche. Machen wir da vorne noch keinen hin oder da schon? Ach. So, jetzt kann da eine Treppe hin. Treppen waren bei... Möbel, ne, oder? Ne, da waren die Türen und Fenster, die sind dann hier bei. Gut, passt. Dann... Wieder zurück. Und da hin. Da zwei drauf. Und... Da auch einer hin. Leiter ist da, sitzt zwar falsch, aber alles gut. Und dann... Müssen wir nach da... Treppe machen. Ne, warte mal. Ist das zu niedrig? Das könnte zu niedrig sein, ne? Die hab ich doch da nie hingesetzt, oder? Ich wollt's grad sagen, die ist auch mit dem roten X versehen. Das ist aus Versehen doppelt produziert. So, ne? Das ist nur die Frage, ob die da hochkommen. Ich glaub, der eine Stein ist so niedrig schon. Ne, geht wohl doch. So, dann passt das. So, und dann... Geht's da hoch. Dann müsste hier... Ne, da... Doch, da kann ne Leiter hin, ne? Und eine Treppe. Da kann ne Treppe hin. Diese. Machen wir da hin. Und dann könnte dieser Stein eigentlich weg. Aber den kriegen wir jetzt nicht mehr weg, weil, wie gesagt, doch Unlock. Ne, ist jetzt irgendein anderer Unlock. Super, ne? Da ist keiner drunter, deswegen kannst du den da drüber wieder nicht wegmachen. Wow. Entschuldigung. Hm. Dann machen wir den da erst hin und dann können wir den da drüber wegmachen, weil der brauchen wir nicht. Gucken wir, ob das klappt. Oh, da kommen ne ganze Schwadronen gerade raus. Naja. So, und ja, jetzt können wir den anlocken. Super, oder? Dann... Nehmen wir den da erst weg. Ja. So, das bedeutet, wir müssen wieder Steine setzen, damit die wissen, wo sie lang bauen können. Beziehungsweise, ne? Machen wir erst mal so. Und so. Und so. Und dann so. So, da ist jetzt auch noch einer, den können wir wieder zumachen. Und ist der schon weg? Ja, der da drüber ist weg. Das bedeutet, der Scarfold kann deleted werden. So, die kommen dann hoch bis nach da. Können bis dahin laufen. Und hier kann auch ein Stein hin. Schon abgewählt. So, da ist das Treppenhaus dann. Und das bedeutet, wir müssen jetzt hier erstmal zumachen. So, dann ist das hier geschehen. Geschehen, nicht Geschichte. Geschehen. So, wir gehen runter. Und gucken mal, wer hier so weit was entdeckt hat. Oh, ein zu tief. Okay. Aber die gehen jetzt runter und holen das. Ach, da konnte man auch irgendwie was begrenzen, ne? Damit die nicht hier unten sterben. Aber auf der anderen Seite. Wir haben einen verloren. Ne, zwei sind es schon mittlerweile. Da fehlt noch einer. Wie viel ist denn hier mit Happiness? Okay, das ist ja gleich wieder besser. Oh, der Held, der geht nicht weg. Da ist noch im Gang mit Raum wahrscheinlich. Und hier auch noch und da auch noch. Also, es ist noch was zu entdecken. Und hier unten geht es auch noch in zwei Richtungen weiter. Der Raum ist Ende. Ja, wird werden, oder? Würde ich mal so sagen. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.